Von Einfamilienhäusern und Landvillen geprägt mit einer hervorragenden Infrastruktur gehört Burgwedel zu den bevorzugten Wohngegenden in der Region Hannover. Als Geschäftsführer einer Immobilienfirma mit 45-jähriger Erfahrung in der zweiten Generation freue ich mich heute auf einen tollen Drehtag zusammen mit meiner Frau in diesem vor drei Jahren geplanten und gebauten Einfamilienhaus. Alles ist gut vorbereitet. Es kann losgehen. Herzlich willkommen! 270 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche plus Doppelgarage und großzügiger Terrasse. Die Bewohner wünschen sich ein stilvolles Haus zum Wohlfühlen und Entspannen. Hier überzeugt die gekonnte Architektur. Eine optische Offenheit, doch gleichzeitig kann man in diesen Räumen ganz privat sich zurückziehen. Getrennt und doch verbunden. Es besteht zu jeder Zeit eine Verbindung zum Rest des Hauses und zur Familie. Die weitläufige Raumstruktur mit den erhöhten Decken und den Raumhohen Echtholzfensterfronten schaffen durch den Lichteinfall einen hohen Wohnwert. Wir möchten Ihnen heute ein Essen zubereiten, um Ihnen die Vorzüge des Hauses besser präsentieren zu können. Die Küche mit komfortabler, moderner Technik zeigt klare Linien, Bewegungsfreiheit und noch mehr Offenheit durch die Verbindung zwischen Küche und Wohnzimmer und eine harmonische Integration mit frischem Design, Gemütlichkeit, privat mit einem direkten Zugang zum Garten und über die Terrasse zur Garage. Die großzügige Galerie mit viel Raum und Licht mit einem Südbalkon verbindet die Wohnräume im Obergeschoss. Der Aufgang der Treppe in die erste Etage ist eindrucksvoll. Hier lässt sich gut im Sessel bei Tageslicht vor den bodentiefen Fenstern im Buch lesen. Im Badezimmer kann man sich nach einem stressigen Arbeitsalltag entspannen. Das stimmungsvolle Design mit maßgefertigem Waschtisch und viel innovativer Technik ist praktisch und sehr stimmungsvoll gestaltet. Es überzeugt durch zeitloses Design. Im Schlafbereich sind Schlaf- und Ankleidezimmer miteinander kombiniert. Hier fällt die geschickte Raumaufteilung direkt ins Auge. Der Ankleidebereich wird maximal ausgenutzt. Angrenzend ist das großzügige Schlafzimmer. Unsere Vorbereitungen in der Küche nehmen langsam aber sicher Formen an. Als Kontrast zu so viel raffiniertem Design und smarter Technik laden wir sie ein zu einem frisch zubereiteten Pasta-Gericht. Das Kinder- oder Arbeitszimmer mit seinen sichtbaren Dachbalken erstreckt sich über zwei Etagen und bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Mediterrane Leichtigkeit. Diese Idee lag bei so viel Licht und Sonne in der Küche auf der Hand. Langsam bekommen auch via Appetit. Weitere Wohnräume und Schlafzimmer befinden sich im komplett ausgebauten Souterrain. Hier können Gäste jederzeit einchecken. Raumhöhe, Tageslichtfenster und ausgewählte Materialien vergrößern Wohnfläche und Wohlgefühl. Fast alle technischen Details des Hauses lassen sich über das iPad oder einen zentralen Monitor spinend leicht steuern. Lassen Sie sich inspirieren. Die Pasta ist mittlerweile fertig und der Tisch gedeckt. Wir bitten zu Tisch mit Pasta, Brot und einem Glas Wein ein köstlicher, leichter Genuss. Gerne laden wir sie ein. Für Fragen im Detail stehen wir und unser Team Ihnen jederzeit zur Verfügung.